Herr Dobelli, Sie haben einen unfassbaren Bestseller geschrieben, Die Kunst des klaren Denkens. 52 Denkfehler, die Sie besser anderen überlassen. Letztes Jahr ist das Buch erschienen und es ist immer noch Nummer 1 der Bestsellerliste. Unfassbar. Jetzt gibt es einen Nachfolger, einen logischen sozusagen, nämlich die Kunst des klugen Handelns. Und im Wesentlichen geht es tatsächlich um die Fehler, die man so machen kann im Alltag und die man eigentlich besser weglässt. Die Kunst besteht im Weglassen. So ist es, ja. Man kann entweder oben aufbauen und sagen, ich versuche mich zu steigen, erfolgreicher zu werden, glücklicher zu werden, da oben schaffen. Oder Sie können da unten bauen, indem ich alles, was das Glück oder den Erfolg minimiert, ausräumen, wegnehmen. Und die meisten Bücher, die arbeiten da oben. Wenn Sie in eine Buchhandlung gehen, dann sehen Sie ganz viele Lebenshilfebücher und Glücks- und Erfolgsratgeber. Und ich bin nicht in dieser Ebene, ich bin da unten, ich versuche möglichst diese Fehler wegzubauen. Und ich denke, das ist der bessere Weg, weil wir wissen genau, was uns Glück zerstört oder was Erfolg zerstört. Aber da oben ist es schwierig, wir wissen nicht wirklich, was uns glückselig macht oder erfolgreich macht. Also man geht gar nicht in die Probleme rein, indem man dann wahrscheinlich sich verliert in irgendeiner Form, sondern man sorgt für Klarheit. Ja, so ist es auch. Und es gibt dann auch ein Lebensgefühl der Klarheit und der Leichtigkeit. Wenn man weiß, da unten hat man die Fehler systematisch ein bisschen minimiert. Ganz ausräumen können wir sie nicht. Auch mir gelingt es nicht, diese ganz ausräumen. Aber wenn wir es nur schon schaffen, ein paar Prozentpunkte, wenige Fehler zu machen, dann ist es schon viel gewonnen. Können Sie mal ein Beispiel aus Ihrem Buch geben, aus Ihrem aktuellen? Was ist denn so eine Falle, die ich vermeiden kann? Ich habe einem Freund von mir geholfen, umzuziehen von einer Stadt in die andere. Und er hat schöne Murano-Gläser, alte Murano-Gläser, die sehr zerbrechlich sind. Und er hat mich gefragt, weil er will sie nicht dem Unternehmen geben, der das verpackt und dem Logistikunternehmen. Also er wollte sozusagen diesen Umzug für ihn machen? Genau. Und nur die Gläser. Und das habe ich gemacht, weil ich fuhr eh nach Zürich und habe das dann dort abgegeben. Und die waren also noch ganz, die habe ich nicht kaputt gemacht. Und er hat mir dann zum Dank nachher eine Hundertennote geschickt. 100 Franken. 100 Franken, das ist sehr lieb von dir. Danke, ich gebe dir da was. Mit dem kannst du irgendwas, in ein Restaurant etwas essen, zu essen gehen. Und das hat dann die ganze Sache ein bisschen zerstört, unsere Freundschaft. Es war gut gemeint, aber sobald Geld ins Spiel kommt, ist eine ganz andere Motivation da. Und das ist ein Denkfehler. Oft denken wir, Geld ins Spiel, dann ist die Sache klar. Aber oftmals verändert sich das zum Schlechten. Und da muss man aufpassen. Was glauben Sie, in was für einer Zeit wir leben? Ist das eine Zeit, in der Menschen vermehrt Bücher wie Ihre gerne lesen, weil sie eine Anleitung brauchen für die Persönlichkeitsbildung? Weil sie eine starke Hand brauchen, die sagt, das sind die Fehler, die ihr bitte nicht macht? Also ob ich eine starke Hand bin, weiss ich nicht. Nein, sonst wäre es nicht so erfolgreich. Aber es ist schon so, dass die Welt immer komplizierter wird. Und wir sind uns nicht gewöhnt, in einer so komplexen Welt zu leben. Finanzmarkt, Sie drehen da irgendwas an der Zinsschraube, irgendwo was in den USA passiert. Wir wissen nicht, wir verstehen nicht wirklich, was wo zusammenhängt. Es ist tatsächlich viel zu komplex geworden, sodass wir ein Gefühl für diese Welt hätten. Und ich glaube, Bücher, die ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, sind darum wertvoll. Einfach um zu verstehen, okay, da gibt es noch gewisse Zusammenhänge und gewisse Fehler kann ich vermeiden. Aber wie gesagt, ganz durchdringend kann man diese Komplexität der Welt auch nicht. Da müssen Sie eine ganze Bibliothek voller Bücher schreiben und lesen und das ist unmöglich. Was ich Ihnen aber durchaus zutraue, weil wenn man Ihr Buch liest, die Kunst des klugen Handelns, man hat einfach dieses Gefühl, Sie schöpfen unglaublich aus dem Vollen. Und da könnten noch zehn weitere Bücher kommen und die Querverweise, die Quellen, also da ist unglaublich viel da. Ist es eigentlich so mittlerweile, dass Sie im Privatleben, dass die Freunde sich distanzieren, weil Sie Mr. Perfect sind? Weil Sie alles wissen? Weil Sie alles richtig machen? Ich bin weit davon, in Family Mr. Perfect zu sein. Wenn ich, ich sage immer, wenn es mir gelingt, ein paar Prozentpunkte, vielleicht fünf Prozent bessere Entscheidungen zu treffen, dann bin ich schon happy. Dann bin ich schon glücklich. Es ist aber tatsächlich so, dass die Forschung in den letzten zehn bis 15 Jahren in der Psychologie sehr, sehr viel als Licht gebracht hat, wie unser Hirn funktioniert und wie es eben manchmal auch falsch funktioniert. Und dieses Wissen aufzuarbeiten ist einerseits eine große Freude für mich, ist natürlich auch viel Arbeit, aber jemand musste das mal tun. Und es überrascht mich, dass ich offenbar der Erste bin, der sich diese Mühe gemacht hat, man alle wirklichen Denkfehler und Handlungsfehler systematisch aufzuarbeiten. Ich habe das zuerst für mich selbst gemacht und erst nachher kam dann das zu einem Buch. Aber ja, mir macht es Spass, darüber nachzudenken und darüber nachzulesen bei diesen Forschungsresultaten. Wenn Sie an Ihre Leser denken, möchten Sie den Menschen an sich verbessern oder ihm helfen, dass er sich verbessern kann oder möchten Sie seine Leistung verbessern mit einem Buch, was ich schreiben muss? Sehr gute Frage. Ich möchte, dass er bessere Entscheidungen trifft für sich selbst, damit er nachher am Endeffekt glücklicher ist, ein besseres Leben hat. Also im Pressetext zu Ihrem Buch wird behauptet, Sie schauen keine Nachrichten. Das stimmt, ja. Keine Nachrichten, kein Fernseher, kein Radio, keine Zeitungen und keine News-Apps auf dem Computer. Und trotzdem sind Sie ein unglaublich erfolgreicher Mensch, stehen mitten im medialen Leben. Warum meiden Sie all diese Dinge? Vielleicht ist das das Geheimnis des Erfolgs. Also würde ich jetzt mal sagen, weil es gibt mir so viel Zeit, mich mit den wichtigeren Dingen zu befassen, und zwar in die Tiefe zu gehen, um mir die Zeit zu nehmen, ein Buch zu lesen über ein Thema, um es wirklich zu verstehen, statt nur immer oberflächliche News zu gucken. News, Nachrichten aus aller Welt, sind wie ein Flacken auf der Oberfläche dieser Weltkugel, die wir haben, aber wir sehen nicht die Zusammenhänge. Und man braucht schon ein Buch oder ein paar Bücher zu lesen zu einem Thema, damit man die Generatoren dieser Events versteht, die Zusammenhänge. Und ich möchte die Welt verstehen. Herr Dubelli, vielen Dank für das Gespräch. Danke. Vielen Dank.